Musik Grüß Gott, mein Name ist Klaus Heilig-Echner. Ich bin der erste Bürgermeister von Wolfratshausen, der malerischen tausendjährigen Stadt im bayerischen Voralpenland. Im Jahr 2010 erhielt Wolfratshausen den Titel Internationale Klösserstadt. Unsere gemütliche Lebensart und die spektakuläre Landschaft laden Sie ein zum Erholen und Entspannen. Musik Zentral gelegen zwischen den Alpen und München sind viele beliebte Tourismusziele schnell erreichbar. Und die Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Genüsse hier vor Ort sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Wolfratshausen mag zwar einen wilden Wolf in seinem Stadtwappen führen, ist aber eher eine beschauliche, oberbayerische, historische Kleinstadt. Man sitzt gerne gemütlich beisammen und genießt das typisch bayerische Ambiente dieser Gemeinde. Die beiden Flüsse Isar und Läusach und das bodenständige Handwerk prägen das Gesicht der Stadt. Die historische Innenstadt spiegelt sich noch heute in den stattlichen Bürgerhäusern der malerischen Marktzeile wieder. Überall spürt man eine ganz spezielle, gelassene Lebensart, die so typisch ist für die Voralpenregion. Musik Musik Musik